servus youtube und willkommen zurück bei mir auf meinen kleinen kanal in meinen kleinen shop und ihr seht schon ihr habt nichts verpasst wir sind immer noch in der abrechnung nächster tag tag 3 dann warten wir mal auf die kunden moment wir können hier noch stücken sagt box ist leer jawohl weg damit und bis die ersten kunden kommen machen wir mal drei päckchen auf dass wir hier einzelkarten haben zum verkaufen denn auch klein viel macht ist würde ich sagen nichts besonderes nicht recht so verbeine viel los gleich am anfang nicht ja gar nicht gewohnt ich bin zu langsam herum war 5 euro 96 für sie zu schön ja hier ein paar hülchen ein euro 52 eine einzelkarte und ein päckchen das passen geben drei päckchen einmal mit karte das macht 5 euro 66 dankeschön 500 was kann man denn hier noch an lizenz holen hier kostet die lizenz 300 zubehör 150 die lizenz wirken muss man noch ein bisschen warten da war noch ein bisschen zwei boosters jern ja eine karte 99 zurück gleich ok ein bisschen bestücken er hat ein paar rüche gekauft ich habe es gesehen beim befinden und eine karte und das mit 8 68 und noch mal ein paar jetzt hier im fall 16 kleines metallerikor 2 kleiner schrank den immer kleiner schrank in die ecke einmal booster dankeschön eine einzelkarte 19 euro 86 hier wieder eine karte rein was nehmen wir denn du hast ja noch gar keinen preis moment so kontakt hier ein paar hülscher eine karte mit karte 17 euro 7 bitte schön er kauf noch ein die kassina schneiden 19 cent jetzt wollte ich nämlich noch 7 euro 17 ich wollte doch jetzt hier ein neues produkt und zwar euch und davon machen wir gleich mal 2 in den wagen zubehör 150 das wird knapp das lassen wir morgen liefern lassen sollte man es natürlich schon weil sonst können wir es nicht verkaufen aber auch noch gar nicht das merken die karte das ist ein paar hüllen danke für ihre geduld daher gleich drei big packs viel spaß damit und von mir bekommen sie 8 moin zurück dann auch danke sehr 1,55 Euro 1 BigPack und 1 Einzelkarte bekommen sie von mir 5,92 Euro zurück immer die falsche Paste die hier wollen wir was? sagt er eigentlich keine gleichen Preise machen wir es so Preise immer anpassen, nicht vergessen wir brauchen jetzt natürlich 2 von den Pächern noch Moment 2 den Wannkorb ja, ja, ja verkaufen und auch und bin sofort bei Ihnen ein paar Hülschchen bin ich schön ein paar Boosterchen mit der Karte 9,33 Euro bitteschön Rechnung die Zahlen jetzt wollen wir momentan ein bisschen Geld haben so dann einen Schluck trinken ja, 59 Kunden waren schon da guck an ja, neu eingetroffene BigPacks gleich 4 jawohl der Herr sie lassen es krachen die bekommen von mir 4,12 Euro wieder warte schön gut ja, genau M diferen ein bisschen die kunden beschweren sich Dass man sich austauschen we were was anderes dann da hinten nehmen und gucken mal gucken wie wir das dann sortieren kommt heute keiner mehr hallo ja sie madame die leuchtenden augen auch nicht ist eine brille tschuldigung und die damen einzelkarten booster packs big packs einzelkarte die dame sie bekommen von mir 4 euro 89 89 entschuldigung war das schon okay der tag ist vorbei dann schließen wir den shop machen hier die umsorzierung hier mit runter die box brauchen aber noch auf wiedersehen x2 und hier 1 einmal kaufen kommt die schön sie haben noch was gekauft sie bekommen von mir 4 euro 9 und 8 wieder bitteschön zack preise schon mal angleichen ok dann machen wir die tagesauswertung wir haben lizenzen gekauft haben ein bisschen minus aber gut dann würde ich mich wieder bedanken für euch zu sehen natürlich freue ich mich über die like kommentare und über die neuen abonnenten wir sehen uns beim nächsten mal tschö und auf wiedersehen tschö und auf wiedersehen Untertitelung des ZDF, 2020